wir sind hier mitten in der wüste es war ja extrem schwer und wir haben so jetzt haben wir es ganz normal irgendwie da draußen sind die löwen und die panther hier vorne sind die 32 todeskrallen gewesen ich habe eine idee wie ich das vielleicht allerdings lösen könnte so da hinten ist so ein ding ich mache einfach mit dem schleich angriff und beschwöre dann ein gegner der fliegt doch in dieser zeit beschwöre ich ein elementar schieße noch mal mit dem bogen nein bringt nichts schlag auf das ding ein und sterbe ich sterbe trotzdem ja mega also das mit dem bogen bringt nicht aber das mit dem eis elementar aber das okay ja gut also es gibt keine möglichkeit für mich habe ich das gefühl dass zu gewinnen die nächste möglichkeit die gegner irgendwie umgehen okay das funktioniert auch nicht das ding ist wäre das eventuell nur einer cool das freut mich auch immer was ist das denn ich kann nicht mehr sprinten toll hä was ist das immer ist das andersrum man was soll die scheiße denn hier so also es funktioniert einfach nicht anders ich bin auch mit trank zu lang ja jetzt ist vorbei jetzt ist jetzt ist gerade vorbei gewesen jetzt habe ich gerade keine lust so sorry aber irgendwie dieses ständige ich kann nicht sprinten weil meine tastatur ist irgendwie verkackt mit dem schiff sorry habe ich da habe ich keine lust drauf dann lieber tgm für diese zwei gegner und das ding ist halt einfach so habe ich keine lust drauf so was mache ich einfach nicht so ja habe ich halt nicht nur wunderschutz geschafft zu mir nicht leid habe ich keine lust drauf was seid ihr denn was soll seid ihr fragt sich wie viele sind davon okay verlorene aha wow zum glück sind diese bälle langsam langsam wird gepasst so ach das geht ja die machen schon schaden aber das geht geil geil ja gut vielleicht auch nicht so geil so also das spiel ist ein bisschen sehr unbelangst so muss ich jetzt einfach mal gerade sagen so ich muss mich mal wieder regenerieren da ist doch noch jemand höre ich doch erstmal verfolge regenerieren aber sorry also irgendwie als die wüste sieht toll aus aber sorry die ist zu unbelangst so 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 ja du wirst mich nicht kriegen also wirst mich treffen aber nicht töten so so das war's mit dir geht hier weiter schieß nichts so eine falle feuergift geschicklichkeit maklos arme system twitter wie auch immer interessant ich gehe er wo muss ich hin ist die frage da ist das artefakt finden also hier links hä ne er war jetzt mal das tor auf ich muss echt schleichen auch skillen das ist so wichtig schleichen war doch kampf naja kann ich fast direkt auf 50 skillen theoretisch mache ich nicht so viel geld habe ich auch nicht könnte ich aber okay na gut das ist machbar ach nö was ist das denn hier für eine schwefelquelle ach nein schwefelquelle